Hier ist der Vaparone mit einem Produkt, das verblüffend die Neugier der Kunden, die da rein kommen, brutal fasziniert. Nämlich dieses Produkt. Man sieht hier etwas, das nicht grösser ist, bei dem Zeigfinger. Eine Kappe drauf hat. Wie sieht denn das aus? Ähnlich wie das von Philip Morris, nur dass es dampft. Man sieht hier ein Teil, der einen Tank hat. Liquid sieht man drin. Und das Mundstück, das drauf ist, ist gleich wie bei einer Zigarette. Somit ist das für Umsteiger ein faszinierendes Teil, wie man meinen, man hat Zigarette. Nämlich, es funktioniert genau gleich. Und es dampft mit Geschmack. Zur Sicherheit stellen wir das Käppchen wieder drauf und stecken das ein. Kann nichts passieren, läuft nichts aus, man muss nichts drücken. Und dankbar, es funktioniert einfach. Nähere Angaben dazu ist so entstanden. Ich zeige euch hier den Umsteiger mit den Informationen dazu. Schaut rein, probiert es aus, es wird euch faszinieren. Geht rein, gibier. Vielen Dank.